ich habe jetzt ein video gepostet in meiner story und wenn ich jetzt verlinken möchte auf instagram tv musst du jetzt hier oben hingehen mensch hier das erste symbol sieht man das klicke ich jetzt drauf dann sieht so aus dann klicke ich hier drauf und jetzt suche ich mir mein video aus was ich schon hochgeladen habe auf instagram tv dann ist da jetzt so eine blaue umrandung und dann sage ich hier oben fertig und jetzt ist das hier ein bisschen weiß geworden und dann sagen wir hier unten deine story und somit ist es jetzt immer eine story halli hallöchen ich habe gerade ein neues dicke ich weill und